Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine kleine Zeitreise zum Thema Open Data. Ich bin der Markus Berlocher, ich bin der Initiator von OpenCMap und zu OpenStripMap und dem ganzen Kartenthema bin ich über Wikipedia gekommen, weil ich dort nach Möglichkeiten gesucht habe, Artikel mit Geobezug mit schönen Karten zu verbessern. Ich habe dann bei Wikipedia vorgeschlagen, man könnte doch einfach Google Map nehmen, steht allen zur Verfügung, kann man da gut reinmachen und da kann man jeden Artikel wunderschön illustrieren. Die haben mich fast gesteinigt. Ich habe mir dann erklärt, es gibt sowas wie OSM, habe ich noch nie gehört, habe ich mir angeschaut, meine Heimatstadt Zürich, ich habe noch nie so einen tollen Stadtplan gesehen wie von OpenStripMap. Dann mein Dorf, in dem ich lebe, jetzt in Franken, mein Dorf bestand nur aus einer Straße und alles andere hat gefehlt. Da habe ich bei Wikipedia gesagt, OpenStripMap kann man nicht brauchen, also das taucht einfach nicht. Dann haben die mir gesagt, du, das ist ein Mitmachprojekt, da kann jeder mitmachen. Da kannst du dein Dorf, was da fehlt, einfach selber zeichnen. Also habe ich angefangen, als alter Pfadfinder mit dem GPS und dem Kompass mein Dorf zu zeichnen. Dann habe ich gehört, es gibt Luftbilder. Damit geht es viel einfacher. Also habe ich gedacht, okay, Luftbilder reinladen, Luftbilder abzeichnen. Leider haben aber die Luftbilder von Yahoo, waren die damals, die haben genau vor meinem Dorf aufgehört. So, und dann ging es los mit OpenData. Ich also zu meinem Bürgermeister, weil ich wusste, in seinem Büro hängt ein wunderschönes Luftbild. Da habe ich gesagt, du, können wir das nicht haben? Da hat er gesagt, ja, wir haben Luftbilder von der ganzen Gemeinde. Aber die gehören nicht uns. Da musste das Vermessungsamt fragen. Als er ist zum Vermessungsamt und habe gefragt, Vermessungsamt, können wir eure Luftbilder benutzen? Da haben die gesagt, ja, Hammer, aber wir sind nur eine Ausstattungsstelle, da musst du nach Nürnberg rein. Als er sich nach Nürnberg rein gefragt, können wir eure Luftbilder haben? Da haben die gesagt, ja, Hammer, aber wir sind nicht zuständig, da musst du nach München. Als er ist nach München zum Vermessungsamt, die gesagt, ja, wir haben einen, der nur dafür zuständig ist, Daten auszugeben, mit dem verbinden wir dich jetzt. Und der hat gesagt, ja, super, endlich fragt mal einer nach unten in den Luftbildern. Wie viel möchten Sie denn gern haben? Also da ist man immer per Sie, bei den Ämtern. Wie viel möchten Sie gern haben? Stellen Sie uns doch eine kurze Anfrage. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich brauche ich nur mein Dorf, aber wenn wir schon ganz Bayern jetzt drüber reden, könnten wir ganz Bayern nehmen. Also habe ich gesagt, ich hätte gern die Luftbilder von Bayern. Dann haben Sie mir einen Kostenvoranschlag geschickt in fünfstelliger Höhe. Da habe ich gesagt, habe ich wieder angerufen und habe gesagt, nee, also so war das jetzt nicht gedacht. Weil wir machen das erstens alles ehrenamtlich, zweitens seid ihr unsere Angestellten. Wir haben mit unseren Steuergeldern die ganzen Luftbilder schon bezahlt, können wir nicht nochmal bezahlen. War ein sehr freundlicher Mann, der hat mir sehr freundlich erklärt, gehen Sie auch manchmal ins Theater? Ich sage, ja, warum? Was hat das mit meinen Luftbildern zu tun? Ja, zahlen Sie da auch eine Eintrittskarte? Wissen Sie, dass das auch mit Steuermitteln finanziert ist? Und bei uns ist das genauso. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geredet und so und dann hat er gesagt, ja, ich soll doch mal einfach im Ministerium fragen. Also ist der Minister angerufen und gefragt, wie ist denn das jetzt mit den Luftbildern? Und der hat gesagt, geben Sie mir ein bisschen Zeit. 14 Tage später hat er wieder angerufen und hat gesagt, wissen Sie was, OpenStreetMap ist ein cooles Projekt. Dann machen wir ein Pilotprojekt, weil ich darf Ihnen die Luftbilder nicht schenken. Da gibt es eine Gebührenordnung. Aber wir machen ein Pilotprojekt, nehmen einen großen Bereich von Bayern und dafür braucht OpenStreetMap nichts zu bezahlen. Also das war das erste Luftbilder aus Bayern 2008. Das war ein Pilotprojekt, das hat so angefangen. Zuerst eine Anfrage bei der Regierung. Die Regierung hat kurze Zeit, es hat drei Wochen gedauert, haben die das Pilotprojekt beschlossen. Dann gab es einen Vertragsentwurf im Linux-Haus in Essen bei so einer Hackertagung, haben wir darüber diskutiert, wie man das am besten macht. Weil die wollten eine Unterschrift, die brauchen einen Partner, mit dem sie einen Vertrag machen. Und da habe ich gesagt, okay, also kein Problem, ich heiße Markus Berlocher, ich unterschreibe Markus Berlocher. Die haben gesagt, ja, das reicht uns, ich weiß nicht, was ich unterschrieben habe. Die wissen nicht, in was für eine Rolle ich unterschrieben habe. Aber wichtig, die Unterschrift musste hin. Es ging dann sehr schnell nach der Vertragsunterzeichnung. Kurz darauf wurden die Daten geliefert. Der Sven Gekus hat einen WMS-Surfer aufgebaut, hat die ganzen Luftbilder da reingezogen. Und so sahen die Bilder aus, da auf der rechten Seite. Und das Dunkelgelbe, das ist die Fläche von Bayern, die wir gekriegt haben. Dann wollten wir wissen, was bringt uns das eigentlich? Also ich wollte nur, um mein Dorf zu zeichnen. Das wollte ich ja eigentlich. Und dann haben wir untersucht, was bringt uns das Ganze? Und der Frederik Kramm hat ein Vergleichsgebiet genommen, wo wir keine Luftbilder hatten. Und wir haben dann untersucht, das, was wir bekommen haben und das Vergleichsgebiet, wie da die unterschiedlichen Mapping-Performance war. Die Grafiken zeigen es ganz deutlich. Ab da, wo die Luftbilder geliefert wurden, ging das exponentiell hoch. Und also Luftbilder ist richtig gut. In diesen drei Monaten, so war das Projekt befristet, gab es für die 10.000 Quadratkilometer Luftbilder 600 Freiwillige, die haben insgesamt zwei Mannjahre Freizeit investiert. Und es wurden 1,6 Millionen Punkte in die Datenbank eingetragen. Gleichzeitig war ich auf dieser Entwicklerkonferenz eben da im Linux-Haus. Ich habe keine Ahnung von IT. Aber die haben gesagt, wenn du was haben willst, dann musst du dorthin, dort werden die Entscheidungen getroffen. Und ich habe dann gesagt, ich bin Hochseesegler und ich hätte gern Seekarten. Und OpenStreetMap macht irgendwie nur Landkarten. Und das ist ja nur, was weiß ich, 30 Prozent von der Welt und 70 Prozent sind ja Meere. Also mach doch da auch mal was. Und ich habe dann einen eindringlichen Vortrag gehalten und darum gebeten. Und die haben gesagt, du, das ist alles OpenSource, mach einfach selber. Da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung. Also mit IT nichts am Hut. Und dann war aber dort der Olaf Hannemann, das ist auch zufälliger Hochseesegler. Und da hat man Bier getrunken und geschnackt und von seinen Törns erzählt. Und morgen früh um vier war das Projekt geboren. Wir haben gesagt, okay, wir fangen mal an zu zweit. Wir haben Rostock genommen, weil das kenne ich. Da war ich lange Zeit Segellehrer und habe da, kenne die Stadt und haben gesagt, das nehmen wir mal als Musterhafen, um zu zeigen, wie denn das am Schluss ausschauen soll. Nun, Rostock sah nicht so aus wie auf diesem Bild, sondern es war ziemlich leer. Und da habe ich gesagt, als Musterhafen, wenn das jetzt auf der Landseite so leer ist, ist eigentlich blöd. Also habe ich in Rostock angerufen bei der Stadt. Zweites Thema. 2009 habe ich in Rostock angerufen und habe gesagt, können wir eure Luftbilder haben? Ich war ein bisschen angefixt von Bayern und habe gedacht, das geht da oben auch. Da haben die gesagt, wir haben keine eigenen, aber die Landesvermessung, die hat. Und die Landesvermessung hat gesagt, njett. Da haben die gesagt, ja, bei Bayern, also schaut mal da runter, die können das, könnt ihr doch auch. Da haben sie nochmal mit dem Minister telefoniert und njett. Und der nette Mann von Rostock, von der Stadt, der hat gesagt, hm, lassen Sie mir ein bisschen Zeit, ich rufe Sie wieder an. 14 Tage später ruft er an und sagt, ihr könnt alle Hausumrisse haben und die Hausnummern dazu. Und ich sagte, ja, wie geht denn das, die gehören doch auch dem Staat. Ja, die gehören dem Staat, aber wir haben die erfasst und die sind bei uns in der Datenbank. Und wir müssen die zwar verkaufen, da kommen wir auch nicht drum herum, aber wir haben uns Folgendes einfallen lassen. Wir nehmen einfach jeden Hausumriss und tun den um Vektor 2 Meter irgendwo hin verschieben. Dann sind die Daten nämlich falsch. Und falsche Daten dürfen wir verschenken. Ja, das hat auch wieder Sven Gekus gemacht, also wunderschön, der macht ganz tolle Arbeit. Der hat das dann da integriert. So sieht die Stadt in Rostock aus, wunderschön. Und so sah es dann nachher aus, nachdem die Hausumrisse drin waren. Dann ein kleiner Zwischensport in meiner Heimat in Bayern. Da ist ein Feuerwehrmensch und der hat gesagt, wäre doch cool, wenn man alle Hydranten drin hätte. Ich habe gesagt, ja, wäre eigentlich cool. Da haben wir eine kleine Karte gemacht, das ist ja relativ einfach mit oben leer, ist einfach so Dinge da so rauszunehmen. Und da ist einer rumgereist und hat einfach jeden Hydranten eingezeichnet. Und ich habe gesagt, das dauert so lange. Also ich bin wieder zur Gemeinde und habe gesagt, habt ihr denn nicht irgendwie, ihr habt doch irgendwie so eine Kiste. Und da haben die gesagt, ja, wir haben eine Kiste. Ja, dürft ihr die Daten rausgeben? Ja, klar, dürften wir die rausgeben. Ja, müsst ihr da nicht erst Bayern fragen? Nee, müssen wir nicht. Weil wir haben ein eigenes Kiste, wir haben eigene Daten und die gehören uns. Und ihr wollt die haben? Ja, klar, könnt ihr die haben. Also wir haben den ganzen Kataster gekriegt von der Gemeinde. Wieder das Wengegus, das Ganze eingepflegt in die Datenbank. Und so sind jetzt alle Häuser drin und alle Hydranten drin. Was lernen wir dabei? Was habe ich dabei gelernt? Ich möchte euch das gerne weitergeben. Das ist meine Botschaft an euch. Es gibt immer eine Lösung. Es ist eigentlich ganz einfach. Die Leute, die wollen, die wissen, was Open Data ist, die müssen nur eine Lösung finden. Aber Fragen reicht und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Dann war ich im Lauf. Die Stadt Lauf hat eigene Luftbilder. Die haben nämlich einen IT-Verantwortlichen, der zufällig auch Pilot ist. Und der hat ein Faible für digitale Ordos. Ja, und der hat gesagt, du geh doch mal zu meinem Bürgermeister und frag den mal. Und der hat gesagt, ja klar, könnt ihr haben. Wir brauchen es ja eh nicht. Wir haben das einfach einmal gemacht, weil es hip ist. Und darum liegen die jetzt rum. Und da hat wieder der Sven Gekus, hat ein WMS aufgesetzt, die Luftbilder da reingezogen. Und die haben eine Auflösung von 15 Zentimetern. Im Gegensatz zu denen von Bayern, die nur eine Auflösung von zwei Metern hatten. Also hat man da im Lauf hervorragende Luftbilder gehabt. Konnte hervorragend kartografieren. Also richtig vom Feinsten abmalen. War ein tolles Projekt. Ja, nochmal zurück. Etwas später, also zwei Jahre später, hatten das Land Bayern beschlossen, aufgrund von dieser tollen Erfahrung von damals mit den zwei Meter Luftbildern. Sie stellen jetzt alle Luftbilder frei für ganz Bayern, für den ganzen Freistaat, die ganze Fläche. Allerdings in zwei Meter. Und dann habe ich angerufen, habe mich bedankt und habe gesagt, ich habe ein bisschen lange gewartet, inzwischen ist State of the Art 15 Zentimeter. Dann haben sie gesagt, also sie haben das nochmal diskutiert und haben dann aber beschlossen, jetzt, das machen sie nicht. Die wollen es lieber verkaufen. Also auch nicht immer, wo ein Wille ist, ist auch der Wille weitgehend. So, dann gab es das Geodatenzugangsgesetz. Und das war ja auch 2009. Da hat man beschlossen, alle Bundesdaten öffentlich zur Verfügung zu stellen. Dann habe ich mich gefreut und habe gedacht, nehmen wir doch einfach. Nur das Problem war, sie haben vergessen, reinzuschreiben, dass das nichts kosten soll. Also galt die alte Gebührenordnung und das hat uns nicht wirklich genützt. 2012 hat man dann nachgebessert und hat gesagt, okay, das soll geldleistungsfrei zur Verfügung gestellt werden. Und die Nutzung soll auch kommerziell möglich sein. Und damit haben wir gedacht, ist eigentlich jetzt überhaupt kein Problem mehr mit unserer Lizenz. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Lizenzen, aber mir hat man erklärt, wir müssen das auch für kommerziell frei zur Verfügung stellen können, sonst geht es nicht. Wir von OpenSeamap machen vor allem im Meer. Und was uns fehlt, sind die Binnenwasserstraßen. Nun gibt es aber eine Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung hat alle Binnenwasserstraßen hervorragend erfasst. Mit allem, was man braucht für die nautische Orientierung auf den Binnenwasserstraßen. Inklusive den Flüssen, Flussbetten, Flussbreite, Wasserstraßen, was gebackert ist und so. Das ist alles drin. Dann gab es eine Geodaten-Nutzungsverordnung. Und da steht in § 2 drin, alles ist erlaubt. Man darf die Daten verändern, man darf sie kombinieren mit OpenStreetMap-Daten, man darf sie veröffentlichen, also man darf Open Data vom Feinsten. In § 2 steht, man muss ein Quellvermerk machen, das ist die einzige Bedingung. Kein Problem, Quellvermerk, Reftech an die Daten schreiben, kommt von der Wasser- und Schifffahrtsdirektion. Die hatten so einen langen Sermon, den man da rein kopieren konnte. Überhaupt kein Problem. Also haben wir angefangen. Hier in Mainz haben wir die Binnenwasserstraßen eingetragen. Das hellblaue, was man da sieht, ist die gebackerte Fahrrinne. Also da können die Schiffe mit Tiefgang fahren. Und die ganzen Seezeichen und Brückendurchfahrtshöhen und zwischen welchem Pfeiler man wo, wie, wann durch kann, wenn das Schiff wie, wie groß ist und so, haben wir alles da rein gemacht, in OpenStreetMap, nachher gerendert und sieht cool aus. Wir haben leider die Rechnung nicht mit dem Wirt gemacht. Der Wirt war in diesem Fall nicht das Wasser- und Schifffahrtsamt, weil mit dem haben wir telefoniert, sondern der Wirt war OpenStreetMap. OpenStreetMap hat irgendwann eine ganz böse Mail geschrieben, dass wir doch da die Bedingungen nicht einhalten dürfen und können und dass wir da an der Lizenz vorbei arbeiten. Das Problem ist folgendes. Man kann zwar ein Reftech machen und das da reinschreiben, aber im Reftech, den kann ja jeder löschen. Ist ja OpenData, auch bei uns. Wenn der gelöscht werden kann und gelöscht werden würde, würden wir die Bedingungen von dem Bundesdatengesetz nicht mehr erfüllen. Da waren wir ziemlich verärgert, haben dann wieder bei der WSV angerufen und gefragt, was soll man denn machen? Die haben gesagt, ja, das müsst ihr schon selber wissen. Also wir können euch nur sagen, unsere Daten sind frei. Ihr könnt sie verändern, nutzen, einbinden, machen. Wir wollen, dass die OpenData sind. Wir haben nur eine Bedingung, ihr müsst halt reinschreiben, dass sie von uns sind. Ja, wo soll man das reinschreiben? Haben wir überlegt und überlegt und überlegt und sie müssen nahe bei den Daten sein. Also man kann es nicht ins Wiki reinschreiben. Selbst im Wiki hätte es ja nicht genützt, weil das Wiki ist ja auch frei editierbar. Das kann auch jeder löschen und verändern. Waren wir ziemlich stinkig? Jetzt sagt die WSV, also der Bund sagt, ihr dürft die Daten haben und OpenStreetMap sagt, geht nicht. Also ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Dann haben wir bei der WSV gesagt, so, jetzt müsst ihr diese Benutzungsverordnung, also wenn ihr wirklich OpenData wollt, dann müsst ihr die Benutzungsordnung ändern. Dann haben die gesagt, die ist jetzt vier Wochen alt. Vor vier Wochen hat der Minister, die vorgelegt gekriegt, hat die unterschrieben. Jetzt können wir nicht nach vier Wochen kommen und sagen, das taugt nicht, lieber Herr Minister, wir haben einen Fehler gemacht, nochmal von vorne. Wenn wir das vorher gewusst hätten, wäre das überhaupt kein Problem gewesen, haben die gesagt, aber jetzt ist es zu spät. Also ich bin im Minister angerufen und gesagt, wir haben da ein Problem, was kann man denn da machen? Weil ich kann mir das ja leisten, ich bin ein Privatmann und ich kriege keines auf den Deckel, ich habe ja nicht das Ding verbockt. Der Minister hat gesagt, ja, sehen wir, wir haben das Problem schon erkannt. Ich habe gesagt, ja, gut, und was machen wir jetzt? Er sagt, ja, wir sind dran. Also er ist mir auf die Wiedervorlage gelegt, nach einem Monat wieder angerufen und fragt, und? Er hat gesagt, ja, wir sind dran. Wiedervorlage, nach einem Monat wieder angerufen. Also so muss man mit Behörden, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, wenn er mit Behörden umgeht, einfach dranbleiben. Freundlich, der muss wissen, alle Monate, vier Wochen, seid ihr wieder da. Dann hat das Wirtschaftsministerium damals, das ist noch ein schönes Bild, wie Mainz aussieht im Luftbild. Also wir haben auch Bing-Luftbilder integriert, weil manche Sachen kann man besser auf dem Bing-Luftbild erkennen als in der Karte. Darum haben wir als zweiten Layer-Bing in OpenCMap mit drin. So, also, Geodaten-Nutzungsverordnung, OpenCMap und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Wir also gefragt, die also geantwortet, ja, klar. Dann OpenCMap gesagt, jetzt. Dann wird wir an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung angerufen und gesagt, was machen wir jetzt? Dann, die gesagt, Bundesgesetz, wir können da auch nichts machen, der Minister hat es schon unterschrieben. Dann, wir gesagt, ja, und was machen wir denn jetzt? Dann die ans Ministerium gefragt, die gesagt, du, ist eure Sache, wir haben das Gesetz erlassen, ihr müsst es jetzt nur umsetzen, findet einen gescheiten Weg. Die, das uns wieder kommuniziert, wir dann selber zum Bundesministerium und gefragt, also, irgendwie muss man da eine Lösung finden. Der Bund hat dann gesagt, okay, das geht nicht mehr in die Zuständigkeit vom Verkehrsministerium, sondern das geben wir dem Umweltministerium. Die sollen einen neuen Entwurf machen für Geodaten-Zugangsgesetz. Also, ich habe bei denen regelmäßig mit denen telefoniert, wie man das am besten machen könnte und was wir denn gerne hätten, wie es denn ausschauen müsste. Die dann den neuen Entwurf wieder zurück zum Ministerium, das wurde dann irgendwann verabschiedet und kam dann wieder zurück zu WSV. Inzwischen hieß das Ministerium plötzlich anders. Die haben dann den Namen gewechselt und auch die Leute gewechselt. Und das macht es immer kompliziert. Also, wenn man irgendwo dran ist, einen Ansprechpartner hat, sich mit dem gut verständigt hat, sich mit dem gut auskennt und dann kommt plötzlich ein Neuer und man muss von vorne anfangen. So, die Geonutzverordnung heißt, der Paragraf 3, um den es ja ging mit der Referenzierung, alle den Geodaten, Metadaten und Geodaten beigegebenen Quellenvermerken und sonstigen rechtlichen Hinweise müssen erkennbar und im optischen Zusammenhang eingebunden werden. Kein Problem. Veränderungen, Bearbeitungen, neue Gestaltungen oder sonstige Abwandlungen mit einem Veränderungshinweis beisehen werden. Auch kein Problem. Der Zusatz, dass man das garantieren muss für immer, der ist weggefallen. Und es kam ein neuer Zusatz dazu. Oder, sofern die Geodatenhaltende Stelle dies verlangt, der beigegebene Quellenvermerk gelöscht wird. Und diesen Satz, den müsst ihr euch merken. Das ist der entscheidende Satz. Also, wenn ihr Daten vom Bund braucht, sagt denen Paragraf 3 Absatz 2, zweiter Satz. Bitte verlangt, dass wir, wenn wir eure Daten nehmen, den Quellenvermerk löschen. Was haben die davon? Erstens. Wir tun ja Daten verändern. Also verbessern. Wenn wir die Daten verändern und verbessern, dann sind sie keine amtlichen Daten mehr. Und wenn die dafür haften müssen, für ihre amtlichen Daten, wir aber die verändert haben, verbessert natürlich, wir könnten sie auch verschlechtert haben, dann hätten die ein Haftungsproblem. Also haben die ein Interesse daran, dass wir den Zusatz löschen und die Attributierung löschen. Und genau das hat jetzt die WSV gemacht. Die hat mir einen Brief geschrieben. Wir werden jetzt als nächstes, werden wir für alle unsere Daten verlangen, dass ihr die Referenzierung löscht. Und sofort haben wir angefangen zu importieren. Diesen Satz, den müsst ihr euch merken, der gilt für alle Bundesdaten. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung hat inzwischen, also das ist jetzt auch wieder ein Vierteljahr her, die haben inzwischen beschlossen, für alle Daten gilt es, die sie haben. Die haben das einfach im Amt, haben die das beschlossen. Dieser Zusatz im Zusammenhang mit OpenStreetMap gilt für alle Daten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Und das ist sozusagen ein Modell. Und dieses Modell, das könnte sich bundesweit umsprechen. Vielen Dank. Vielen Dank. Erstmal danke für den Vortrag. Gibt es Fragen? Ja. Ja, fangen wir mal da oben an. Du musst erst mal das Mikro da hinkriegen. Ich spreche einfach laut, das geht schon. Ah, wegen dem... Okay. Wie ist das Verhältnis zur freien Tonne? Keine Ahnung. Hast du das Gleiche, was du mit dem Schifffahrtsamt, Binnenschifffahrtsamt probiert hast, auch beim BSH probiert? Beim BSH ist es viel einfacher. Das BSH weiß, das sind lauter Kartografen. Und die Kartografen sagen, wir machen unsere tolle Arbeit und wir möchten, dass möglichst viele Leute davon profitieren. Und wir möchten die verschenken. Leider haben wir eine Benutzungsordnung, eine Gebührenverordnung. Und da kommen wir nicht drum rum. Und die haben uns vor drei Jahren gesagt, das dauert mindestens zehn Jahre, bis wir da irgendwie dran sind. Inzwischen sind sie dran, alle Daten sind frei. Gibt es weitere Fragen? Gibt es weitere Fragen? Ja. Ja, ich bin ja auch im Böbrich vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. Erstmal vielen Dank für die Darstellung. Ich möchte nur noch mal betonen, es handelt sich bei diesen ganzen Vorschriften um Bundesdaten. Richtig. Also es geht nicht um die Luftbilder, die von den Ländern erfasst werden. Richtig. Oder von Katasterdaten. Richtig. Ja, aber es hat auch ganz klar gezeigt, es sind zwei verschiedene Welten und in allen Welten gibt es solche und solche Menschen. Das ist ein solcher. Es kommt nur darauf an, die Richtigen zu treffen und die Richtigen, die auch eine Entscheidung treffen. Ich denke, eine Frage können wir noch? Eine unbeantwortbare Frage, wo kommt der gute Wille her bei den richtigen Menschen? Von den Beamten? Oder von Ihnen, ja. Naja, ich bin Hochseesegler. Denk mal, ja. Ich bin Hochseesegler, ich will gratis Karten haben, darum mache ich das Ganze. Genau, ich denke mal, wir sehen das einfach mal als Kompliment für alle Beteiligten, dass da wirklich Klimmzüge gemacht wurden, um Sachen möglich zu machen. Da möchte ich mich auch noch mal für bedanken, auch für den Vortrag. Und dann machen wir jetzt fünf Minuten Pause. Okay. Ich bin Hochseesegler.